Hey, du, mir kauf, hast du ein Hirn, lass das Handy liegen. Vor allem, wenn du mit dem Auto oder mit dem Bike fährst. Brauchst bloß 80 Stundenkilometer fahren und schon hast pro Sekunden über 20 Meter Blimpflug. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell da was passiert. Also, hast du ein Hirn, lass das Handy liegen. Eine Aktion des Kreisjugendrings Tischenreuth, der Verkehrswachten Tischenreuth-Chemnath und der Polizeiinspektion in Tischenreuth-Chemnath und Waldsassen.